Michael Heinz Skibe ist ein deutscher Fußballtrainer und ehemaliger Fußballspieler. Er ist Trainer der griechischen Nationalmannschaft. Karriere als Spieler in seiner Jugend spielte Skibe bei der SG Wattenscheid 09. Mit ihr wurde er 1982 deutscher B-Jugendmeister. Anschließend wechselte er zum FC Schalke 04. Zwischen 1984 und 1986 absolvierte er für den Verein 14 Bundesligaspiele. Bis seine Karriere durch zwei Kreuzbandrisse ein jähes Ende fand. In der Saison 1983-84 still lief er einmal für Schalke in der 2. Bundesliga auf. Am Ende dieser Spielzeit stieg Schalke auf. 1983 gehörte er bei der U18-Europameisterschaft in England zum deutschen Aufgebot und bildete dort mit Herbert Huss und Manfred Pomp das Mittelfeld. Phasenweise gehörte Skibe zu zwei Jugendnationalmannschaften gleichzeitig. Als Trainer Schalke und Dortmund. Im Alter von 22 Jahren wurde er zum Sportinvaliden und begann eine Karriere als Trainer im Jugendbereich von Schalke 04. Durch eine Anfrage von Rudi Assauer wurde Skibe Trainer der B-Jugend von Schalke und löste den bisherigen Trainer Günther Thun, den Vater von Olaf Thun, ab. Im Jahr 1989 wurde er Jugendkoordinator bei Borussia Dortmund, wo er 1994 Trainer der A-Jugendmannschaft und 1997 Trainer der Amateurmannschaft wurde. Im Jahr 1998 übernahm er kurzfristig als Nachfolger von Nevio Scala den Posten des Cheftrainers der Bundesligamannschaft. Skibe führte den Verein in seiner ersten Saison auf den vierten Platz. Nach anderthalb Jahren und einer Serie von 16 Partien mit nur zwei Siegen wurde Skibe nach dem 18. Spieltag der Saison 1999-2000. Als Cheftrainer, entlassen und wieder auf die Position des Nachwuchskoordinators gesetzt. DFB den Posten als Nachwuchskoordinator des BVB gab er auf, als er ein Angebot des DFB zur Leitung der Fußballnationalmannschaft erhielt. Zusammen mit Rudi Völler, der selbst keine Trainerlizenz besaß, bildete er in den Jahren 2000 bis 2004 eine Doppelspitze im DFB-Team. In der Außendarstellung war er der zweite Mann. Die Verantwortung für die Mannschaft übernahm Völler. Nach dem Ausscheiden der Nationalelf in der Vorrunde der Fußball-Europameisterschaft 2004 in Portugal traten Skibe und Völler am 24. Juni 2004 als Nationaltrainer zurück. Skibe fungierte anschließend vom 24. August 2004 bis zum 9. Oktober 2005 als DFB-Jugendkoordinator und Trainer der U18-Nationalmannschaft. Im Sommer 2005 beteilte er die deutsche U20-Auswahl bei der Weltmeisterschaft in den Niederlanden. Bayer Leverkusen Vom 9. Oktober 2005 bis zum 21. Mai 2008 war Skibe-Cheftrainer von Bayer 04 Leverkusen, wo kürzlich auch sein früher Kollege Rudi Völler wieder Sportdirektor geworden war. Nach einer guten Hinrunde in der Saison 2007-08 folgte eine schlechte Rückrunde, in der zuerst die Champions League und am letzten Spieltag der Einzug in den UEFA-Pokal verspielt wurde. Aus diesem Grund entschied sich der Werksklub, den Vertrag mit Skibe vorzeitig zu beenden. Skibe war der erste Leverkusener Trainer seit der erstmaligen Teilnahme des Vereins am Wettbewerb in der Saison 1997-98, der nicht in die UEFA Champions League eingezogen ist. Skibes größter Erfolg in Leverkusen war eine Siegesserie von sieben Bundesligaspielen in Folge in der Rückrunde seiner ersten Saison. Galatasaray Istanbul In der Saison 2008-09 trainierte Skibe Galatasaray Istanbul. Er erhielt einen Einjahresvertrag mit Option für ein weiteres Jahr. Bereits kurz vor Ligastart gewann er den ersten Titel seiner Karriere. Im Finale um den türkischen Supercup setzte sich seine Mannschaft mit 2 zu 1 gegen Kaiserespor durch. Nach dem knappen Verpassen der Champions League gegen Stoar Bukarest stand er in der öffentlichen Kritik und wurde am 23. Februar 2009 nach einer 2 zu 5 Niederlage gegen den Aufsteiger Kokilispor entlassen, Eintracht Frankfurt. Am 5. Juni 2009 wurde er bei Eintracht Frankfurt Nachfolger des zurückgetretenen Friedhelm Funkel. Am 22. März 2011 wurde er entlassen, nachdem sein Team nach einer sehr erfolgreichen Hinrunde in der Rückrunde mit nur 5 Punkten aus 10 Spielen bis in die Abstiegsränge gestürzt. Wart Nachfolger wurde Christoph Daum. Unter Skibe blieb die Eintracht 793 Minuten in Folge ohne Tor. Eskische Hirspor Am 17. Juli 2011 einigte sich Michael Skibe mit dem türkischen Erstligisten Eskische Hirspor auf einen Dreijahresvertrag. Sein Debüt an der Seitenlinie gab er am 10. September 2011 im Spiel gegen besiegter Schistanbul, das mit einem 2 zu 1 Sieg endete. In der Hinrunde holte Skibe in 17 Spielen 30 Punkte und führte das Team auf den 4. Tabellenplatz. Eskische Hirspor wurde zur Mannschaft des Jahres gekürt und mit Dede wurde ein Spieler des Teams als Spieler der Hinrunde ausgezeichnet. Skibe, wie auch viele Spieler und Angestellte, wurde monatelang vom Verein nicht bezahlt, da offensichtlich keine finanzielle Grundlage vorhanden war. Er entschloss sich die FIFA einzuschalten, gegen den Verein zu klagen und diesen zu verlassen. Hertha BSC Am 22. Dezember 2011 stellte Hertha BSC Skibe als neuen Cheftrainer des Vereins vor. Skibe machte von seiner Ausstiegsklausel zum 31. Dezember 2011 bei Eskische Hirspor Gebrauch und unterschrieb in Berlin einen zweieinhalb Jahresvertrag bis zum 30. Juni 2014. Nach drei Bundesliga-Niederlagen in Folge folgte das Aus im DFB-Pokal. Nachdem die Hertha auch das Bundesligaspiel danach 0 zu 5 beim VfB Stuttgart verlor, wurde er nach nur fünf Pflichtspielen und 50 Tagen Amtszeit entlassen, wobei er keinen einzigen Punkt holen konnte. Sowohl nach Dauer der Amtszeit als auch nach Anzahl der Pflichtspiele war dies eine der schnellsten Entlassungen eines eigentlich als langfristige, Lösung geplanten Trainers in der Bundesliga-Geschichte. Skibe hatte bei der Hertha einen Vertrag bis 2014, was ihm nach Angaben der Bild-Zeitung vom 13. Februar 2012 eine Abfindung in Höhe von 500.000 Euro einbrachte. Die Bild bezifferte seine aus dem Arbeitsverhältnis resultierenden Einnahmen unter dem Strich mit etwa 15.000 Euro, den er in Berlin gearbeitet hatte, womit er ebenfalls ein Stück Bundesliga-Geschichte schrieb. Skibe selbst bezeichnet den Vertrag in Berlin als Fehler, da er im Vorfeld die wahre Lage des Vereins nicht hätte erkennen können. K.T. Mirkarabükspor im Mai 2012 verpflichtete der türkische Erstligist K.T. Mirkarabükspor Skibe. Er unterschrieb einen Vertrag über zwei Jahre bis zum 30. Juni 2014. Skibe wurde nach dem 10. Spieltag der Saison 2012-13 wieder entlassen. Seine Mannschaft gewann nur zwei Ligaspiele und war mit neun Punkten aus zehn Spielen auf den 16. Tabellenplatz abgerutscht. Gresshopper Club Zürich Am 15. Juni 2013 bestätigte der Schweizer Vizemeister Gresshopper Club Zürich die Verpflichtung von Michael Skibe. Er unterschrieb einen Vertrag für eine Saison. Im Erfolgsfall sollte sich der Vertrag automatisch um ein weiteres Jahr verlängern. Im Januar 2014 wurde sein Vertrag vorzeitig bis zum 30. Juni 2015 verlängert. Im Januar 2015 gaben die Zürcher die einvernehmliche Trennung von Skibe bekannt, da dieser sich beruflich neu orientieren wolle. Eskische Hirspor am 9. Januar 2015 verpflichtete Eskische Hirspor Skibe. Nach vier Niederlagen in Folge in der SÜP-ER-LIG-Saison 2015-16 trennte sich der Club am 11. Oktober 2015 wieder von Skibe. Griechische Nationalmannschaft Seit Ende Oktober 2015 ist Skibe Trainer der griechischen Nationalmannschaft. Er erhielt einen Zwei-Jahres-Vertrag, dessen Gültigkeit sich im Falle der Qualifikation für die WM 2018 verlängert. Sportliche Erfolge Als Spieler deutscher B-Jugendmeister mit der SG Wattenscheid 0-9 Als Trainer mit der Nationalmannschaft Weltmeisterschaft Finale 2002 Im Vereinsfußball türkischer Supercup-Sieger 2008 mit Galatasaray Istanbul Der Iberoak-Kann transportiert Det Wouldn't dette f categor